Miles Aldrich setzt das neue Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet mit Stilikone Mila Jovovic spektakulär in Szene. Das internationale Kampagnenmotiv für das Modeengagement von Mercedes-Benz Frühjahr-Sommer 2011 ist eine Hommage an den Surrealismus. Ich habe noch niemals wirklich mit einem Auto als Co-Star in einer Kampagne gearbeitet. Die Herausforderung dabei ist, dass ich mir vom E-Klasse Cabriolet nicht die Schau stehlen lasse. Ich muss mich also anstrengen. Zusammen mit Philip Tracy, einem der berühmtesten Hut-Designer der Welt, wurde das Kampagnen-Thema Express Your Style umgesetzt. Philip Tracy entwarf eigens dafür eine mondäne Kreation aus 300 speziell bearbeiteten Federn. Die Idee für den Hut entwickelte sich während der Zusammenarbeit mit Miles. Ich dachte, dass für dieses Bild ein übertriebener, exorbitanter Hut das Richtige wäre. Hüte sind etwas sehr Individuelles, eine extreme Form von Luxus und ein Symbol für eine positive Einstellung. Die Arbeit von Miles Aldrich lebt von seiner Scharfsinnigkeit und seiner Liebe zu kräftigen Farben. Seine Bildkreationen sind expressiv, überschwänglich und nicht selten bizarr. Die Herausforderung bei dieser Komposition ist das Zusammenspiel von Mila Jovovich, dem Auto und dem Hut. Die Verbindung schafft Aldrich, indem er mit seiner traumähnlichen Fotografie eine Geschichte erzählt. Mir gefiel die Idee von Anfang an, ein Shooting mit dem E-Klasse Cabriolet zu machen. Das Auto ist für mich ein luxuriöses Designobjekt, eine glatte, glänzende Maschine. Ich finde es unglaublich fotogen und es fügt sich perfekt ins Bild ein. Das Ergebnis? Eine einzigartige Komposition mit ganz besonderer Ästhetik und farbintensiver Bildsprache. Eine ausdrucksstarke und knallbunte Interpretation des modernen Lebens und des persönlichen Stils.